Und da lesen wir jetzt quasi, das ist das Saalpublikum da oben. Herzlich Willkommen bei 1000BestTV, ich bin hier wieder live aus den Kellergewöhnten der Motorpresse Stuttgart und neben mir ist der Ralf Schneider. Servus Ralf, grüß dich. Hallo Nils. Grüß dich. Servus. Und heute sprechen wir über die Top 5 Superbikes aus den 90er Jahren und da brauche ich natürlich einen Gesprächspartner, der sich da irrsinnig gut auskennt bei den Top 5 Superbikes. Ralf Schneider, da sei nicht so bescheiden, ich weiß nämlich genau aus deinem Lebenslauf, dass du damals in den goldenen Jahren der Superbike-Ära bei PS, dem Sportmotorradmagazin, gearbeitet hast, in leitender Position. Wann war das ungefähr, wann hast du dort getestet, die Sportmotorräder? Ich habe angefangen 1991 und das, was dann kam in den 90er Jahren, das habe ich zwar noch nicht in leitender Position mitgekriegt, erst so gegen Ende der 90er Jahre, gegen Mitte, Ende, aber ich habe sehr intensiv mitgekriegt, weil ich durfte, konnte, musste, alles eigentlich fahren. Und all diese Motoren, die wir heute sprechen, also die Superbikes aus den 90ern, das bist du alles gefahren, aber auch sehr intensiv gefahren und getestet und so, oder? Ja. Das ist super, das ist super. Ich habe eigentlich sehr, ja, ich habe einen irrsinnigen Erlebnisschatz, den ich aus dieser Zeit mit mir herumtrage. Sehr gut und heute stechen wir das quasi an, diesen Luftballon, da kommt dann dieses ganze Wissen strömt dann raus und ich hoffe, ich habe es lang Zeit, weil der Ralf hat so viel Wissen, es ist unvorstellbar und du siehst, das ist das Saalpublikum, das ist so wie das Saalpublikum, die schreiben da rein, da beschwert sich zum Beispiel jemand, dass um 15 Uhr man so einen Livestream nicht machen kann, er muss hacken, das ist quasi das österreichische Wort von Arbeiten, da kann man nichts machen, also man muss Prioritäten setzen im Leben. Wir müssen auch hacken. Ja, das ist jetzt unsere Arbeit, genau. Dann gibt es Grüße aus Graz, Grüße aus Franken und dann gibt es natürlich Leute, die haben ein bisschen Themenverfehlung, da sagt jemand, die ZX12R ist das beste Superbike aus den 90er Jahren, was sagst du, ZX12R, darf man jetzt erstens zu den Superbikes rein? Ne, also da würde ich einen eigenen Gattungsbegriff eigentlich dafür einsetzen, so Speedbike oder so, also die hat zwar schon Anklänge so an die Superbikes, aber da ist einfach zu viel Motor, da ist zu viel Gewicht, das ist kein Superbike im engeren und eigentlichen Sinne, wobei ich natürlich sagen muss, die Superbikes, wie sie dem Reglement und der Superbike-WM entsprechen, die haben wir ja auch nicht in Reinkultur hier zum Beispiel. Das, was hinter uns steht, ist ja nicht im strengen Sinne ein Superbike, aber ich denke, ja, also so zwischen 750 und 1000 Kubik, da darf man dann diesen Begriff schon verwenden, drüber, finde ich, wird es arg speziell. Okay, jetzt gibt es natürlich Tipps, wenn jetzt jemand schreibt, die Ducate 916, wir dürfen natürlich nichts vorausraten, Ralf, wir müssen aufpassen, wir haben Top 5, die gehen wir da rein nach durch, aber 916er, ich glaube, so viel kann man verraten, also wenn jemand eine Top-Five-Liste macht mit Superbikes aus den 90ern, dann muss eine 916er irgendwie drin sein, also so viel, glaube ich, kann man immer sagen, oder? Also, die ist gesetzt, oder? Ja, sollte es schon sein. Sollte es sein? Sollte es sein. Und dann gibt es aber etwas, was nicht so sicher ist, zum Beispiel eine Honda NR750, schreibt jemand. Ach, ja. Was ist das? Ich glaube, jetzt zerstören wir jemanden, seine Raummaschine rein. Nein, nein, also die NR750 ist natürlich ein tolles Motorrad, das ist überhaupt gar keine Frage und sagen wir mal, in Sachen Technik, in Sachen Entwicklung, in Sachen Kompetenz, des Herstellers, sicherlich ein absoluter Traum, aber für mich ehrlich gesagt zu abgehoben. Also ich habe es eigentlich immer mehr gehabt mit den Maschinen, die sich ein Normalsterblicher tatsächlich auch zum Fahren leisten kann. Und deswegen war für mich da keine NR750 dabei. Es gibt nämlich unheimlich viele Motorräder, die sind von diesem Typ, was heißt unheimlich viele, aber die meisten davon sind grausam vergewaltigt worden. Es sind nämlich Stehzeuge, die als Sammlerobjekte irgendwo rumstehen und dann sich ihre Standschäden abholen im Laufe der Zeit. Ich glaube, die allerwenigsten haben sehr viele Kilometer gekriegt. Ich finde, wir sollten es fahren lassen und zwar, sagen wir mal, auf möglichst breiter Basis. Okay, heißgeil, da geht die Diskussion. Also ich glaube, bei Sportmotorrädern ist die emotionale Bindung der Besitzer mit der Marke und auch mit dem Fahrzeug irrsinnig hoch, weil da geht es immer gleich zur Sache. Da gibt es jetzt die Honda-Fans und die Cover-Fans und die Yamaha-Fans und die haben natürlich so eine Fanbase. Und da sieht man auch schon, diese Superbikes haben immer schon fasziniert, aber wahrscheinlich gerade die aus den 90ern haben besonders fasziniert. Was glaubst du, Ralf, wieso haben gerade die Superbikes aus den 90ern so eine Faszination, wo man auch heute noch, wenn man so in Werkstattkalendern rumblättert, die hängen dann immer wieder auch in den Werkstätten. Wir haben wirklich zufällig, war nicht geplant, die haben auch vorher in der Garage hingefunden. Was ist die Faszination der Superbikes aus den 90ern, Ralf? Das war im Grunde technisch der Aufbruch in eine neue Ära. Also wir bereiten jetzt gerade was vor für Motorrad Classic über den magischen Jahrgang 1988 und da hat was angefangen, was man eigentlich vorher zumindest auch im streng reglementierten Deutschland so nicht hatte. Dass man Motorräder hat, die voll verkleidet waren, die aussahen wie Rennmaschinen, dass man plötzlich technische Features an den Motorrädern gefunden hat, die man wirklich genau so auf der Rennstrecke entdeckt hat und plötzlich war das zu kaufen. Das war damals neu, weil jetzt ist es ja normal, aber damals war das eine neue Geschichte. Also ich weiß noch, wie viele, viele meiner Kumpels damals sich plagen mussten, um irgendwie eine Vollverkleidung an die GPZ-55-Cava dran zu kriegen, also bevor es die dann wirklich mit dieser Halbschale gab. Und dann beim TÜV alle möglichen Torturen zu überstehen hatten, bis sie das Ding einigermaßen legal auf der Straße fahren durften und wie man sich da angestellt hat, wie man riesige Kuchenbleche verordnet hat, wie man Blinker von immenser Größe verlangt hat und den Sozius-Riemen und plötzlich gibt es diese Motorräder, von denen man früher nur träumen konnte, die kann wir jetzt plötzlich kaufen, mit 600 Kubik, mit 57, mit 900, das war der Wahnsinn. Und das ging so richtig auf, eigentlich dann in den 90ern. Super. Na gut, aber vielleicht fahren wir dann an, ich habe da wirklich gesagt, ich möchte deine persönliche Top-5-Liste, weil so wirklich, wie soll ich sagen, eine Instanz, eine offizielle Hitparade, wir könnten jetzt irgendwelche Zulassungsstatistiken ausgraben, aber für mich bist du der Kompetenteste, du bist jetzt beim Motorrad-Redakteur, du warst damals beim PS-Redakteur, also bist der Kompetenteste, den kennen, in dem Thema halt, sage ich so. Okay. Und deswegen will ich deine persönliche Liste haben, was ist in den Top-5-Superbikes aus den 90ern für dich Platz 5? Für mich, genau, das will ich dich nochmal betonen hier, für mich, also streng subjektiv. Mein Platz 5 ist die Bimota Dietschi, ein absoluter Exot, eigentlich nur nicht ganz so exotisch, nicht ganz so exotisch wie die NR-750 und auch nur deshalb, weil ich ganz, ganz spezielle Erlebnisse mit dem Motorrad verbunden habe, sehr positive, aber auch so ein guter Teil negative. Die positiven Schichten, das sind eigentlich zwei Sachen, wir haben 1991 einen Vergleichstest gemacht, wo dieses Motorrad mit drin war und wir waren da auch für Testfahrten an der Nordschleife. Und ich habe einen Michelin-High-Sport-Reifen bekommen vom damaligen Beauftragten von Michelin, dem Herrn Reinhard Sucher, leider mittlerweile verstorben, echt ein feiner Mensch. Und da hat er mich aber, wie soll ich sagen, im positiven Sinne sowas von über den Löffel bei Bier, der Hund, der Alte. Ich habe diesen Reifen gekriegt, wir haben ihn auf Dietschi drauf gemacht und wir sind an der Nordschleife damit rumgefahren und das Ding hatte ich ohne Ende. Ich weiß noch, irgendwann mal, wie ich mit Vorsatz in der Klostertalkurve, bam, im Scheitel in der Mitte so Gas gegeben habe und dachte, okay, das gibt jetzt mindestens einen Rutscher oder vielleicht sogar einen Reisleiter. Nein, es war einfach nur vorwärts-auswärts mit einer Gewalt, die ich echt fantastisch fand. Und dann, ein paar Monate später, durfte ich, oder war es ein Jahr später, ja, es war ein Jahr später, durfte ich die Superbikes von der Pro-Superbike-Serie fahren und war dann im Kawasaki-Transporter und habe neben den Slicks und den Regenreifen eine ganze Latte von Reifen gesehen, die das Originalprofil von dem Michelin TX11, TX23 Highsport hatten. Und ich sage, ey, was ist das denn? Ja, das ist unser Intermediate. Und ich mache jede Wette, der liebe Herr Sucher hat aus seinem Spitz an Pfundes mir so ein Ding da rausgeholt und mir ein paar wirklich sehr schöne Fahrerlebnisse besorgt. Das fast noch schönere war dann allerdings auf einem Dunlop-Reifen, da sind wir nämlich 1992 die 1000 Kilometer Hockenheim gefahren. Also du weißt jetzt noch, welche Reifen du damals... Ja, 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 nein, das war der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Und die 1000 Kilometer Hockenheim waren damals was anderes, als sie heute sind. Heute ist das ja im Grunde ein Langstreckenrennen. Okay. Und du darfst die Reifen wechseln und so weiter und so weiter. Damals musste man wirklich eine Dauerprüfung, eine Gleichmäßigkeitsprüfung überstehen, über 1000 Kilometer. Und danach gab es ein Abschlussrennen. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz bestimmten Absatz von 10 Runden nicht genau in der Minute mit der Stempelkarte quasi abgestempelt hat, in der es vorgeschrieben war, dann hat man Strafpunkte gekriegt, die dann nachher für jeden Punkt eine Sekunde auf deine Rennzeit oben draufkamen. Und das Schlimme, du musstest das alles mit einem Satz Reifen schaffen. Und das war vor allem auf dem alten Hockenheimring echt eine Herausforderung. Da gibt es ja hinten diese, gab es ja diese ultraschnelle Ostkurve. Und das hast du mit der BIMO da gemacht? Ja, das haben wir mit der BIMO da gemacht. Da hatte ich damals einen Partner namens Dietl Linnebacher, der war viel, viel schneller unterwegs als ich, aber egal. Gute Wahl, so manchmal sagen wir, wenn er einen schnellen Dipper hat, stellen wir immer zwei dazu. Aber ja, es war okay. Und wir haben dann vom Reinhard Berrier einen Reifen gekriegt, der wahrscheinlich unter trockenen Bedingungen die 1000 Kilometer nicht überstanden hätte. Unser großes Glück war, deswegen auch dieses Stehbild da von uns fahrend, unser großes Glück war, es hat den ganzen Tag geschüttet. Oder es war zumindest mal kalt und nass. Und da war dieser Reifen einfach sensationell. Und diese BIMO, was war da eigentlich für ein Motor drinnen? Das ist YB10 eigentlich und deswegen Diecci, also italienisch Diecci heißt ja 10. Das ist eines der Modelle aus dieser Yamaha BIMO-Reihe, die es dann in allen möglichen Varianten gab. Also die, zunächst mal gab es ja zum Beispiel eine mit dem OB01-Motor für die Superbike WM, die YB4. Und dann hat man eben später den Motor, genau dieses Motorrad, das hinter uns steht, oder sagen wir mal des Vorgängermodells, nämlich den 1000er Vierzylinder von Yamaha abverwendet und hat dann mit dieser Diecci so eine Maschine praktisch geschaffen, die so zwischen den Klassen stand. Also die hatte das Gewicht einer sehr leichten 750er, aber sie hatte eben die Leistung einer Tausender. Und das war eine brillante Kombination im Grunde. Ja, aber Ralf, wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir jetzt diese Maschine empfehlen, an die unsere Zuseherinnen und Zuseher, das ist eine persönliche Empfehlung, da müssen wir glaube ich jetzt auch ein bisschen von diesen Klischees aus Italien was berichten. Also ist das mit Vorsicht zu genießen, der Typ, ist der dabei eine Masse zu empfehlen? Also was die Mechanik anbelangt, würde ich sagen ja, immer angeschränkt ja. Es gab bei den Bimotas, es gibt so ganz spezielle Eigenheiten, zum Beispiel hatten die wunderbare GFK-Verkleidungen, handlaminierte GFK-Verkleidungen mit sehr edlen Lackierungen. Diese edlen Lackierungen und die Verkleidungen selber aber waren relativ steif und spröde. Und diese Verkleidungsteile, die waren dann nicht immer so vibrationsgeschützt aufgehängt, wie man sich das wünscht. Und deswegen sind da auf die Länge Haarrisse entstanden und solche Geschichten. Da muss man ein bisschen schauen, das kann teuer werden. Es gab auch zum Beispiel Modelle mit damals hochmodernen LCD-Displays, die sind schneller kaputt gegangen, als die Mechaniker sie tauschen konnten. Insofern ist die Dieci da eine relativ vernünftige Kiste. Die hatten noch konventionelle Uhren, einen mechanisch antriebenen Tacho und ich weiß gar nicht, ob der Drehzahl. Also also gar nicht so schlimm, wenn man sich denkt, beim Motor hat man sich das durchaus ... Also man muss auf die Verkleidungsteile aufpassen, man muss, denke ich, am Motor so die üblichen Geschichten halt kontrollieren. Aber da das alles ja wunderbar Japan-mechanisch ausgeführt worden ist, gab es da eigentlich kein Theater. Okay, okay. Es ist kein schrauberfreundliches Motorrad, das muss man auch noch sagen. Also ich kann mich erinnern, dass ich einen halben Tag brauchte, um die Zündgerzen zu wechseln, wobei die ersten drei haben, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht und der Rest vom halben Tag hat die vierte gebraucht. Da musste ich nämlich eine Zündspule entfernen und die war so hinten an so einem Querträger am Rahmendreieck angeschraubt. Und ich dachte, die hätten da jetzt Einziehmuttern in diesen Rahmen einzogen, wo man also praktisch einfach nur von vorne die Schraube durchdreht, von wegen Banane. Da war hinten eine lose Mutter drauf. Und als ich das Ding losgeschraubt hatte von außen, hat es in den Kling gemacht. Und dann lag die Kiste da in der Gegend rum. Und ich habe dann, glaube ich, drei Stunden durch ein ganz kleines Loch am Rahmen da irgendwie diese Mutter von hinten wieder drauf gefummelt. Ich bin echt schier verzweifelt. Gut, also alle wie Mutterkäufer, denkt beim Schrauben an den Ralf. Es hat schon mal jemand vor euch gelitten. Und dann vielleicht, da kommen natürlich jetzt wieder Tipps rein, was nicht auch unbedingt in die Top-5-Lüste rein muss, wenn wir jetzt Platz 5 schon hinter uns haben. Da sagt zum Beispiel jemand, die TLR 1000 R. Damals verrissen, heute Kult. Die TLR 1000 R. Ja, meine erstens, die passt in die ganze Zeitfenster, glaube ich, rein. Aber auf der anderen Seite. Ja, es ist schon noch 90er. Aber damals verrissen, weil du als Redakteur damals, habt ihr sie auch verrissen hier im Test? Ist die von euch auch verrissen worden? Also verrissen ist ein großes Wort, ein starkes Wort und vielleicht auch ein übertriebenes Wort. Das Problem bei dem Motorrad bestand darin, zunächst mal, dass es einfach nicht so richtig schön ausgesehen hat. Und das weiß man ja, dass das Publikum da sehr ungnädig sein kann. Und dann, dann hatte die TL 1000, wie übrigens sowohl die TL 1000 S als auch die R, die hatten ja so eine merkwürdige Hinterradfederung. Da waren Federung und Dämpfung. Das ist innovativ, Ralf. Ja, aber es sollte halt funktionieren, wenn es innovativ ist. Und da war, das hat nicht so richtig funktioniert. Und aufgrund eben dieser Trennung von Federung und Dämpfung, das war so ein Flügelraddämpfer, der praktisch die Dämpfungsfunktion übernommen hat, war es eben auch schwierig, mit den damals gebräuchlichen Mitteln da was zu tun, wenn man eine andere Abstimmung haben wollte. Bei anderen Motorrädern hat man eben einen Öhlins oder einen White Power oder einen Bitubo Federbein genommen. Und bei der TL 1000 S oder R, ja, da ist es halt schwierig geworden. Aber der zweite Teil von seinem Kommentar stimmt, glaube ich, schon ein bisschen heute Kult. Also das kann man schon sagen, so eine Suzuki TL 1000 R, das ist, also wenn man mit dem heute auftaucht wurde, gilt man als Connoisseur oder zumindest als, der das Besondere liebt, oder? Also der Motor, den fand ich immer schon brillant. Ich habe auch wirklich viel, viel Spaß gehabt bei der Präsentation dieses Motorrads. Das war immerhin im Eastern Creek, da sind wir sogar nach Australien geflogen, deswegen. Und nee, der Motor ist echt eine Bombe gewesen. Und ja, wenn man ein bisschen weicher fuhr, als diese Hardcore-Rennstreckentreiber bis wirklichen Rennfahrer, dann könnte man eigentlich auch sehr gut leben mit dem Motorrad. Ja, Ralf, ich habe auch ein guter Einwand oder ein guter Hinweis gekommen, von Prologaming. Bei so Teilen ist halt das Problem, auf der einen Seite will man sowas auf der Rennstrecke bewegen, auf der anderen Seite will man es nicht verheizen, sondern nur noch anschauen. Wie siehst du das? Fahren oder bewundern? Also ich sehe das so, wenn man Motorräder fährt, dann verschleißt man sie, man setzt sie an einem Risiko aus, man hat die Gefahr, fährt einfach mit, dass es kaputt geht. Wenn man sie nicht fährt, gehen sie ganz sicher kaputt. Also würde ich mich im Zweifel fürs Fahren entscheiden. Nein, also diese Standschäden, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist bei japanischen Motorrädern nicht so sehr das Problem. Aber auch die kriegen dann, wenn sie so und so lange nicht mehr gefahren wurden, irgendwelche Simmerringe, die nicht mehr so elastisch sind und dann anfangen undicht zu werden. Man kann eigentlich nach fünf, sechs Jahren, die so ein Motorrad gestanden ist, das nicht mit gutem Gewissen einfach jetzt anwerfen und fahren, sondern man muss das im Grunde sehr, sehr behutsam zerlegen und wenn es mit frischen Dichtungen ist, einfach nur so wieder aufbauen. Also ich würde im Zweifelsfall immer das Fahren nehmen und vielleicht nicht so ehrenkäsig sein, unbedingt jetzt in die schnellste Gruppe eines Renntrainings reingehen zu wollen, sondern dann nehmt euch halt die mittlere Gruppe und seid ein bisschen vorsichtiger, dann passiert auch nicht zu viel oder ist das Risiko noch zu groß. Na gut, das ist auch ein guter Tipp beim Gebrauchtkauf von Motorrädern aus den 90ern oder generell von älteren Motorrädern, die, die quasi ewig nur gestanden sind und wo man groß behauptet, die ist kaum gefahren worden, müssen dann gar nicht die Besten sein. Also die, die regelmäßig gewartet, gepflegt und gefahren worden, ist die bessere Wahl, oder? Ja, absolut. Also ich würde wirklich immer diejenigen bevorzugen, die jetzt vielleicht nicht allzu viele Kilometer drauf haben, aber die einfach so eine kontinuierliche Nutzungsgeschichte besitzen, insofern die sich natürlich in einer Form dokumentiert vorfindet. Du, schauen wir mal auf Platz 4, was hast du auf Platz 4 gewählt? Mit einer Top 5 Superbikes aus den 90ern. Auf Platz 4 habe ich gewählt die Motorspenderin für die Dietschi und das Motorrad, das hier wirklich sehr authentisch verstaubt hinter uns steht. Der Name des Besitzers ist der Redaktion bekannt. Okay. Die Yamaha FZR 1000 und zwar ganz speziell vom Typ 3 LE, wie sie es ab 1991 bis 1995 gab. Für mich ist das Motorrad das aus der Serie, das eigentlich am schönsten, am gediegensten verarbeitet war. Und deswegen mag ich die ganz besonders. Und wie fuhrt die? Ja. Was hieß es? Ich habe irgendwann im zarten Alter von 40 mir einen Jugendtraum wahrgemacht und habe Segeln gelernt und im Zuge dessen auch so diesen Satz kennengelernt, Länge läuft, was bei Segelbooten natürlich ein bisschen was anders ist als bei Motorrädern, aber ich würde das auf diese FZR 1000, würde ich das auch anwenden. Also wenn es darum geht, ein stabiles und zwar bei hohen und höchsten Geschwindigkeiten stabiles Motorrad zu haben, dann ist es die hier. Also die Länge läuft, dementsprechend ist sie nicht so richtig handlich, aber da lässt sich auch einiges tun. Und es sind einige Sünden der Vergangenheit, die das Motorrad behindert haben, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so wirklich verfügbar, nämlich vor allem der damals serienmäßige 130er Vorderradreifen. Achso. Der war schon ein arges Hindernis, wenn es darum ging, das Motorrad in die Schräglage zu bringen. Und da empfiehlt sich natürlich ein schöner, moderner 120-70er, der den Motorrad an einen schlanken Fuß macht. Da geht schon einiges vorwärts. Und dann jetzt haben zwei Leute, natürlich schon angesprochen, andere Yamaha-Modelle, zum Beispiel die UZF-750R. Und du warst dich jetzt auch für die Ex-Adventure. Die YPSE, ja. Die YPSE war damals das Superbike-Basis-Modell. Der Hans Kranz hat das geschrieben hier in der Schule. Okay. Ja, da habe ich auch kurz dran gedacht. Aber für mich hat dieses Motorrad nicht ganz diesen Flair. Es ist zwar, sagen wir mal, eher Superbike im engeren eigentlichen Sinn des Rennsportreglements, weil ja wirklich Yamaha mit diesem Motorrad jahrelang Superbike-Rennsport betrieben hat, auf verschiedenen nationalen Meisterschaften, aber eben auch in der WM. Aber gerade wenn es so um die Verarbeitungsqualität geht, darum, wie liebevoll bestimmte Details gelöst sind, da finde ich einfach nichts, was über die 3 LE geht. Also es ist zwar jetzt wirklich verstaubt, aber wenn man zum Beispiel, Nils, da hinten diesen Kettenspann-Einstellmechanismus, da ist so ein Prisma drin, da hat die Kette eine schöne, die Schwinge eine schöne schräge Aussparung und da passt dann ganz genau so ein Klotz rein, der dann die Achse aufnimmt. Das sind solche Details, die gab es da und dann eigentlich niemals wieder. Und das ist für mich im Grunde so schade, dass ich aus genau solchen Erwägungen heraus dieses Motorrad auf meinen Platz 4 gesetzt habe. Okay. Wenn ich noch die Zeit habe, würde ich gerne noch... Jetzt, aber Sie sind die Akkus voll? Ah, super. Wir haben damals ein Tune-Up gemacht für dieses Motorrad, dafür war PS mal bekannt. Da hat man dann alle möglichen Reifen, das war mein leider auch schon verstorbener Freund und Kollege Raphael Schmidt, der die federführend organisiert und dann auch geschrieben hat. Da hat man an Reifen, an Bremsbelägen, an Federbeinen, an Zubehör, was es so gab, für einen bestimmten Motorradtyp wirklich sich bestellt. Und wir hatten damals wirklich die paradiesische Situation, teilweise eine Woche lang jeden Tag auf der Nürburgring-Nordschleife das Zeug zu testen. Und genau das ist uns auch dankenswerterweise widerfahren mit der FZR 1000. Dann kam sogar noch der Josef Zupin, der damals Öhl-Insel-Importeur war mit seinem Schwiegersohn, dem Gerhard Günther, der ja auch ein wirklich sehr guter Fahrwerkstechniker ist. Und die wollten ein Federbein bauen für das Motorrad und haben praktisch unsere Abstimmung übernommen, was für uns dann so den Vorteil hatte, dass wir quasi Werksfahrerstatus hatten und zum Gerhard gehen konnten und sagen, du mach mal ein bisschen mehr Druckstufe im letzten Drittel und so. Das war wirklich klasse. Und am Schluss sind wir dann rausgekommen mit einer Reifenpaarung, mit einem Michelin Highsport in 120-70, mit einem Öhlings-Federbein, mit einem Öhlings-Gabelkit und irgendwie höher gestellt. Und dann fuhr das Ding richtig gut. Ich weiß noch, auf einer meiner letzten Runden ist der Herbert Mandelatz damals hinter mir hergefahren. Der war immer so der zweite Mann hinterm Helmut Däne, wenn es darum ging, die Rallye-DM zu gewinnen, die Zufi-DM. Und er hat mich also vor sich hertrieben und er hat mich wirklich bis zum Metzgesfeld, glaube ich, nicht überholt. Und ich habe dann ausgelassen, weil ich so einbogen bin ins Metzgesfeld, dass das Ding aufgesetzt hat und ich dann irgendwie so mit einer Dreipunktauflage langsam am sicheren Richtung Kurvenausgang gedriftet bin und habe gedacht, okay, fahr du zu, ich lasse dich gehen. Aber das war also wirklich eine tolle Zeit, sehr intensiv, eine Beschäftigung mit dem Motorrad. Und jetzt, wenn man das jetzt so kauft, ist das jetzt, wie soll ich sagen, halbwegs zivil auch wartbar und japanischer Standard, sage ich mal, nichts Besonderes. Also das Einzige, was einem dann halt geschehen kann, sie hat ja unheimlich lange Intervalle für die Ventilspieleinstellung, aber wenn es dann halt mal fällig ist, dann hast du halt 20 Ventile und keine 16. Ah, okay. Einen 5 Ventilmotor und so. Da musst du halt ein paar Schimms mehr bezahlen. Okay. Ja, was machen wir auf Platz 3, Ralf? Ja, auf Platz 3, da habe ich natürlich streng subjektiv die Kawasaki ZX-R57 gesetzt und zwar ganz speziell die Modelle ab 1993. Okay, warte, ich schaue euch deinen Empfinden bei uns in der App. ZX-R57. Die L und die M. Also die dann, die nicht, das ist quasi das nächste Modell nachher, oder das ist die 93er? Ja, die hat ja noch, nee, das ist eine Erstzulassung 93, aber es ist ein Vorgängermodell, das ist 92 gebaut worden, die hat noch die Staubsaugerschläuche, genau die hier. Die da ist es, okay. Die war zwar auch nicht so furchtbar, wie soll ich sagen, geachtet und beliebt, weil sie schwerer war als der Vorgänger. Aber ich fand sie damals und eigentlich auch noch bis heute aus ähnlichen Gründen wirklich sehr, sehr attraktiv und gut, wie ich sie auch an der FZR 1000 schätze. Also es ist ein sehr gediegen gemachtes Motorrad und es ist für mich ein Motorrad, bei dem man wirklich merkt, dass es für den Rennsport gebaut wurde. Also nicht ohne Grund hat ja Kawasaki auf der Basis dieser Kiste, oder war es vielleicht die Vorgängerin, aber an der Grundkonstruktion hat sich eigentlich viel geändert gehabt, die Superbike-WM gewonnen, also mit Scott Russell. Und das war auch wieder so eine Nordschleifen-Geschichte. Das Tolle an dieser Strecke eigentlich damals wie heute ist halt, wenn du irgendwelche Motorräder hast, die du ganz nett findest und du bringst die da hin, dann braucht es zwei, drei Runden und dann entblättern die Dinger sich komplett. Oder sie zeigen, jawohl, ich kann es, dafür bin ich geantwortet. Also die Nordschleife spricht immer die Wahrheit. Genau, die entlauft wirklich jedes Motorrad, die entlauft auch jede Schwäche und du kannst die ganz netten Motorräder, die stehen dann wirklich nach drei Runden da und leisten den Offenbarungsein und sagen, ich kann nicht mehr. Und da gehört die ZXR ganz entschieden nicht dazu. Und wieso ist das so? Weil es einfach ein solides, fahrstabiles Motorrad war, das auch eine ganz, ganz, also der ehemalige Kollege Mini-Koch würde sagen, die liegt wie Nordnagel auf der Straße. Also sie hat wirklich eine ganz sichere Straßenlage, ganz tolle Rückmeldungen auch vom Förderrad. Das ist schon jetzt das handlichste Motorrad. Aber wenn du mit dem Ding einbiegst in die Kurve, dann weißt du ganz genau, was die Stunde geschlagen hat an der Kontaktfläche zwischen Reifen und Straße. Und das ist unheimlich gut. Es gibt dir ein sicheres Gefühl und es gibt dir eben auch die Möglichkeit, das Potenzial dieses Motorrads auch als Laie viel, viel besser auszunutzen, als bei einer Maschine, die so ein bisschen schwammig wird oder einfach nicht so klare Rückmeldung bringt. Und wenn du es jetzt vergleichst, jetzt sagen wir, es gibt ja Nostalgie, die sagen, früher war alles besser, jetzt redest du da wirklich in Schwärmen bei der ZXR 750, bei der Kawasaki. Wenn man das jetzt vergleicht mit der aktuellen Motorräder, dann ist da aktuell alles besser oder was du sagst, ist irgendwas früher, war in den 90ern irgendwas besser als jetzt? Irgendwas, was früher schöner, toller war? Ja, also vielleicht nicht im fahrdynamischen Sinne oder im Sinne von wie funktioniert es, wie federt es, wie bremst es, wie beschleunigt es. Das denke ich, nee, da war früher nicht alles besser. Aber wenn mir so ein kleines bisschen Nostalgie jetzt erlaubt sein möge an dieser Stelle, es gibt relativ viele Motorräder, die damals mit sehr, sehr viel Liebe und Sorgfalt gemacht wurden. Und heute sind die Motorräder zwar funktional deutlich besser, aber man merkt eben auch, dass hinter jedem Update, hinter jedem Modellwechsel, hinter jeder neuen Generation eben auch dieser Kostendruck bei der Entwicklung eine Rolle gespielt hat, irgendwie im Hintergrund. Und dann gibt es schöne Oberflächen. Es gibt, aber es sind dann halt zum Beispiel, sind es Gussteile. Und eben nicht irgendwelche Alubleche, die dann in der Presse oder tiefgezogene Bleche, die dann verschweißt wurden, sondern man macht dann halt eine Gussform für solche Rahmenteile und kann die dann quasi wie das Brezelbacken vor sich hin produzieren. Und dann ist alles schön und gut, aber ja. Diese Finesse, okay. Genau. Und diese liebevolle Verarbeitung. Ich habe das ja schon mehrfach jetzt anklingen lassen, ein Beispiel von der FZR, aber auch von der ZXR 57. Das ist im Allgemeinen so ein bisschen auf dem Rückzug. Okay. Man hört kurz, wir sind auch gut in der Zeit, 30 Minuten. Wir haben jetzt noch zwei Motorräder, oder? Halb, wir überziehen gar nicht, nicht überwenden das. Oh Gott, sag bloß, ihr habt zu wenig Klabert. Nein, das können wir alles noch aufholen, aber das ist kein Problem. Na, machen wir Platz zwei. Der Top-5-Superwegs aus den 90ern. Was ist dein Platz zwei? Mein Platz zwei ist die Honda Fireblade, die SC28. Da haben schon einige geschrieben. Ja, die Kürter natürlich. Keine Frage, keine Frage. Und zwar auch deshalb, weil damit so ein Stück weit eine neue Ära begonnen hat. Die, wenn man sich mal wirklich anguckt, so die Eckdaten von den Motorrädern, die ich vielleicht schon genannt habe, aber die so ein bisschen älteren Ursprungs sind, dann sieht man an den Gewichten, die ja relativ schwer waren, dass da, ja, dass man da vielleicht dann teilweise vielleicht auch Sicherheitsbedürfnisse oder um es einfacher zu halten, auch verdammt. Ist es deins, oder? Ja. Ja, ich habe den Flugmodus vergessen. So, wenn es die Mutti ist, heb schnell ab, nicht das Probleme kriegst, Ralf, gell? Nein. Oder ist der Chef? Willst du es nicht im Büro um bist, Ralf? Jetzt ist Schiersense. Ich lasse mich gerade nicht stören. Fireblade waren wir auf Platz zwei, der Top-5-Superwegs. Und wenn man dann so dran war, diese Motorräder irgendwie so ein bisschen zu tunen oder ein bisschen aufpimpen zu wollen, dann kamen dann immer irgendwelche exotischen Materialien ins Spiel. Dann fing man an, mit Aluschrauben rumzumachen oder mit den ersten Carbon-Schnittchen, die man da gesetzt hat. Vielleicht hat sich ja ein ganz besonders kühner auch mal eine Titan-Schraube hier und da geleistet. Und die Fireblade hat einfach ein Gewicht von vollgetankt 208 Kilo hinkriegt, ohne diese ganzen Exoten-Teile. Und das war damals heftig, oder will? Und das war damals heftig. Also selbst die Bimota, die ja wirklich im damaligen Feld wunderschön leicht war, hat so 218, glaube ich, 218 Kilo auf die Waage gebracht als Monopostor, als Bipostor. Kam sie ein Jahr später, da war es dann noch ein Ticken mehr, weil sie ein dickeres Rahmenheck brauchte. Und die Fireblade, die hat einfach aufgrund einer klugen Konstruktion, einer wirklich sehr, sehr rationellen Konstruktion dieses geringe Gewicht hinkriegt. Und das fanden wir damals sensationell und das war es eigentlich auch. Und hat die damals schon den Testbereich bei Motorrad und Bess immer gut abgeschnitten? Die hat schon gut abgeschnitten, wobei man sagen muss, so ein Stück weit ein Biest war die SC28 schon. Also die war verhältnismäßig kurz vom Radstand her. vom Rahmen her aus sehr steif bis fast, ich würde es ja Spreidigkeit nennen. Und das Motorrad war anfällig für Lenkerschlagen. Also da durfte nicht allzu viel passieren in der Beschleunigungsphase, irgendwelche Bodenwellen. Auch durch das geringe Gewicht und den relativ kurzen Radstand waren wir da echt relativ schnell im Alarmbereich. Die Präsentation war ja damals in Phillip Island und wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit das Vergnügen, da gemeinsam zu fahren. Ja, super, ja. Du bist ja etliche Runden vor mir her gefahren, ich habe dich nicht gekriegt. Ach so, wirklich? Das hast du jetzt erwähnt. Das möchte ich heute gar nicht sagen. Ich habe damals Fieber gehabt da halt. Ich war schwer krank. Oh, dann möchte ich nicht gegen dich fahren und exotisch. Okay. Nein, ich habe immer wieder eine Ausrede bekommen. Aber vielleicht erinnerst du dich, da gab es doch diese enge Linkskehre namens Siberia und dann ging es diese Assis. Ja, ja, ja. Wo man also praktisch dann ständig hochbeschleunigt und das Motorrad dauernd eigentlich von einer Schrägler in die andere. Ja, schneller, schneller, ja. Und damals hatten die Abstimmung für diese SC28 Präsentation die Herren Wayne Gartner und McDowen gemacht. Das waren die Guides oder wie? Nein, das waren nicht die Guides, aber das waren die, die das Fahrwerk abgestimmt haben für diese Strecke. Und man hat die Originalreifen benutzt, das waren Bridgestone B250, kein Rennstreckenreifen, ein sehr gefälliger, auch gut krippender Alltagsreifen, aber auf der Rennstrecke. Und dann sind die natürlich rumgedriftet wie die Bescheuerten mit dem Zeug und haben deswegen hinten die Zugstufe, also die Ausfederdämpfung maximal zugehauen. Das heißt zum Beispiel, dass wenn man in diesen S ist, dann beschleunigt hat und das Motorrad sowieso hinten drin stand, dann gab es da ein paar Bodenwellen und dann war die hinten tief und durch diese Zugstufe, die komplett zu war, stand die hinten drin, wurde vorne leicht und dann kamen noch ein paar andere Bodenwellen dazu und dann fing das Ding an wie im Lenker zu keilen. Und das sind so diese kleinen Biestigkeiten, die die SC28 ihren Fahrern so gelegentlich geliefert hat. Sie hat auch jetzt sagen wir mal im Amateurrennsport, gerade bei so zu viel Sachen oder so, nicht so richtig den durchschlagenden Erfolg gehabt, obwohl sie schon sehr sportlich war, sehr schön leicht. Aber der Baba, Tadau Baba, der dieses Motorrad ja federführend entwickelt hat, der wollte halt wirklich so eine Art Allround-Sportler, so eine Art Zehnkämpfer, also gar nicht so zugespitzt auf die Rennstrecke, wie sie zum Beispiel eine ZXR 57 war. und deswegen hängt die so ein bisschen zwischen Baum und Beuke, aber einfach so als Statement. Wir machen jetzt mal ein in CAD, also in Computer-Aided Design und wir konstruieren nicht den Halter und den Halter vom Halter und den Halter vom Halter vom Halter, um jetzt irgendwie eine Elektronikbox unterzubringen, sondern wir überlegen uns von vorne herein, wie wir das in irgendeinen Kunststoffteil integrieren oder so und sparen dadurch Teile und Schrauben und Gewicht und alles Mögliche. Das hat einfach in dieser Konsequenz eigentlich zum ersten Mal die Fireblade hingekriegt. Okay. Also wenn da jetzt Honda ja immer wieder sich diesen Inbus quasi auf die Fallen heftet, dass sie da eine neue Jahre eingeleitet haben damals und dann ist das berechtigt, dass das passt? Also ich würde da nicht widersprechen, ich würde heftig zustimmen. Okay. Der Michael Pfeiffer, also der Chefredakteur von Motorrad, der war damals Testchiff von PS und der hat einen Gewichtsvergleich gemacht. Und da hat er dann zum Beispiel irgendwelche Heckteile von der Fireblade und von einer damaligen Suzuki GSX-R57W, die erste Wasserkühle, die dann kam, hat er demontiert. Das war dann irgendwie Hinterrad-Kurzflügel, Kennzeichenträger, Rücklicht, Heckkürzel, irgendwie so. Und er hatte das glaube ich mit acht oder neun Schrauben, war das ganze Zeug befestigt bei der Fireblade und bei der Suzuki hat er halt ungezählt 35 in der Hand gehabt. Und dieses Beispiel finde ich erklärt sehr schön, worin der Unterschied bestand zwischen den Motorrädern, die zwar up-to-date waren, aber sagen wir mal eher aus einer etwas vergangenen Epoche stammten und diesem radikalen Neueinsatz, wo man gesagt hat, okay, wir bauen jetzt ein Motorrad erstmal im Computer, bevor wir überhaupt den ersten Prototypen auf die Räder stellen. Okay. Da gibt es jetzt schwere Diskussionen. Manche sind ein bisschen abgeschweift, zum Beispiel fragen sich einige dazu sehr, wieso es nicht Dreizylinder damals gegeben hat oder auch jetzt noch in geringen Zahlen in diesem Superbike-Umfeld. Ich weiß nicht, damals gab es gar nichts. Triumph hat dann irgendwann begonnen, aber so richtig den durchschlagenden Erfolg hatten Sie nie, oder? Nein, hatten Sie nicht. Naja, also man muss ja auch sehen, dass zum Beispiel auch die Erfolge von Ducati mit den Zweizylindern, mit deren Vorbild ja dann zum Beispiel auch die Suzuki TL 1000 Modelle entstanden, von denen vorher schon die Rede war, oder die Yamaha, äh quatsch, die Honda VTR 1000 SP 1 und 2. Diese Zweizylinder, die verdanken ja einen Großteil ihrer Erfolge in der Superbike-WM ja auch einer Bevorzugung durch das Reglement. Okay. Also die durften ja mehr Hubraum haben, das ist ganz klar. Das trifft jetzt sicherlich einige Fans schwer. Aber sie durften zum Beispiel auch leichter sein. Man hat diese Vorteile im Lauf der Jahre so peu a peu zurückgenommen, aber wenn man sich jetzt mal die Anfänge der Superbike-WM in den späten 80er Jahren anguckt, da hat es ja wirklich echt nach der RC30-Ära lange lange gedauert, bis man wieder einen Vierzylinder gewonnen hat. Und das war, das war einfach auch so ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass man diesen Leistungsnachteil, den den Zweizylinder naturgemäß mit sich bringt, dass man dann vielleicht da zum Teil ein bisschen überkompensiert hat. Okay. Vom Reglement her. Na gut. Du, da gibt es jetzt Leute, die mein Hemd unbedingt kaufen wollen, das ist mal super. Und dann gibt es VTR-Fans, Laverda-Fans. Aber ich glaube, dass die Ducatiste jetzt auch ein bisschen besänftigt werden. Gehen wir vielleicht auf Platz 1, oder? Ja, natürlich. Top 5 Superbikes aus den 90ern. Ralf, was ist dein Platz 1? Ja, es ist natürlich ohne Frage die Ducati 916. Wieso sagst du ohne Frage? Ja, weil das ist wirklich ein, wie soll ich sagen, eigentlich das Produkt einer Sternstunde, einer Konstellation von Hersteller und Konstrukteur, wie sie wahrscheinlich nur alle unten und auch immer zusammenkommen. Nein, der… Wie hast du die damals erstmals erlebt, die 916? Wie hast du denn das Erscheinen der Ducati 916 auf diesem Planeten mitbekommen? Das ist ein leidvoller… Es war eine leidvolle Zeit für mich. Wieso? Weil ich bei einem unserer Tune-Ups auf dem Circuit Paul Ricard so runtergeflogen bin, dass ich mir links ein Tossi 3 zugezogen habe und rechts das Handlenk gebrochen gleichzeitig. Du durftest nicht fahren, der Kollege ist geflogen. Und ich lag im Krankenhaus, als das Motorrad präsentiert wurde und von daher… Mist, es war nicht so toll. Nein, ich habe auch erst eigentlich im Lauf der Jahre mitbekommen, was für eine glückhafte Verbindung das war zwischen dem guten alten Herrn Castiglioni, dem Claudio und dem Herrn Tamburini, beide mittlerweile verblichen. Der Castiglioni, der ja echt ein angefressener Motorrad-Fan war und der eigentlich immer das beste Motorrad der Welt bauen wollte. Und der Tamburini, der… Ich glaube, das ist der preußischste Italiener, den es überhaupt gab auf der Welt. Ich habe den kurz vor der Präsentation seiner nächsten Schöpfung, dieser MV F4, persönlich kennengelernt. Da durfte ich dann die besuchen im Entwicklungszentrum in San Marino. Und da waren so Sachen, so Äußerungen von ihm, so Beispiele. Da habe ich dann erst gemerkt, wie der Typ überhaupt tickt. Und das war ein absolut fanatischer Qualitäts- und Fahrdynamik-Fan. Und dem konnte der nachgeben, nachgehen, quasi unter erheblichen Kosten, die Castiglioni für ihn bereitgestellt hat oder für ihn getragen hat. Und daraus kann eigentlich dann nur was rauskommen. Also ein kongeniales Duo oder eine zufällige… Der eine wollte unbedingt das beste Motorrad bauen und sei es auch zu seinem finanzielle Ruin. Na gut, der hat dann schon immer viel Geld beiseite geschaffen. Aber der andere, der wollte das liefern. Okay. Und wenn man jetzt in einer Ducati 916 ist natürlich das Kultback schlechthin extrem hoch im Kurs in den Marktplätzen. Bei uns immer wieder fragt man sich, wer zahlt den Preis für ein altes Motorrad. Wenn du das jetzt vergleichst mit aktuellen Motoren, dann wie sortiert sich das ein? Was waren so die Stärken und Schwächen dieser Maschine fahrdynamisch und von den Komponenten her? Also ich bin überzeugt davon, dass die Fahrwerkstechnik der 916 auch heute noch auf einem sehr, sehr hohen Stand wäre im Vergleich. Das große Problem, das ich sehe, ist wirklich das Leistungsniveau. Und es geht mittlerweile im Grunde bis zu den letzten Testastretta-Motoren, die knapp 140 PS hatten. Man merkt es dann bei den Renntrainings. Also die heutige 600er, die gehen wirklich so gut, dass eine 916 Strada von 1994 mit zwischen 107 und 112 PS, was man so hat, die haben da wirklich keine Sonne mehr. Und dann ergibt sich so ein extrem, wie soll ich sagen, unterschiedlicher Rhythmus. Ich verstehe. Die 916er sind in den Kurven, denke ich, immer noch furchtbar schnell. Aber wenn es dann auf die Gerade rausgeht, dann wird es also selbst gegen die 600er schwierig. Und von den Tausendern, den Modernen, will ich gar nicht reden. Wir haben übrigens damals mal einen Vergleichstest gemacht mit lauter Supersportlern, die wir alle auf die gleichen Reifen gestellt haben. Ja. Und wir haben Kurvengeschwindigkeiten gemessen in Hockenheim in einer ganz bestimmten Kurve mit einer Lichtschranke. Also Data Recording war horrend teuer damals. Und wir haben festgestellt, dass die 916 im Durchschnitt von, ich glaube, zwölf Runden, zwei Fahrer sind jeweils sechs Runden gefahren, im Durchschnitt von zwölf Runden eine höhere Kurvengeschwindigkeit hatten im Scheitel als die anderen Motorräder in der Spitze. Okay. Also man bog da mit einer Suzuki GSX-R57, dieser ersten SRAD, der ersten Rad, bog man dann irgendwie, glaube ich, mit so zwischen 97 und 100 kmh da rum und mit der 916 einfach mal stabil 105, 106, 107, 110. Je nachdem, also das war irgendwie die große Kunst dieses Motorrads, dass es einfach in die Kurve rein und durch die Kurve durch einen wahnsinnigen Speed halten konnte. Da findet jetzt ein lustiges Feedback, da schreibt zum Beispiel der Alex, It's Me Alex, der schreibt, Mann oh Mann, die 916er war dem kaufbaren Rest aber sowas vom Unterlegen. Und eine Zeile drunter, Daniel, die war ihrer Zeit voraus. Mann, was ist die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Also die Wahrheit, puh, die Wahrheit ist schwierig, da muss man wirklich differenzieren. Der Tambourini mochte den Motor nicht. Der Motor stammte ja aus der 851 ursprünglich und der war, es war ein unheimlich schwerer Motor, vor allem die ersten Varianten. Die waren zwar wunderschön gemacht, wir hatten zum Beispiel wälzgelagerte Nockenwellen oben drin, aber da war sehr, sehr viel Gewicht im Gegenden unterwegs, wo es vielleicht nicht so richtig gut hingehört. Nämlich weit oben, weit vorne, einfach weit weg vom Schwerpunkt, sage ich mal. Und es war dann auch so ein bisschen ein Platzproblem. Und da hat man einfach dann relativ rasch gemerkt, dass der Motor an das Ende seines Potenzials kam. Der war einfach von den Grundvoraussetzungen her nicht mehr höher zu kriegen. Dann hat man auch schön gesehen in der Superbike-WM, Ducati hat, bevor sie dann 1998 mit den 996er kamen, haben die auf der 916-Basis Motoren gefahren. Da waren die Zylinderlaufbuchsen im Bereich der Stehbolzen nur noch einen Millimeter dick. Und dann mussten die ein neues Gehäuse konstruieren, wo die Stehbolzenabstände weiter auseinander waren, um einfach diese größere Bohrung da runterzukriegen. Und dafür hatte Ducati dann kein Geld. Es ist ja auch so, dass 1997 war das letzte Jahr, in dem Castiglioni Ducati besessen hat. Danach ging es an TPG und der 1997er-Jahrgang zum Beispiel, das ist, ich hatte leider so eine, das ist so ein Punkt, wo man echt merkt, dass die Dinger anstehen. Da haben auch die Zulieferer nur noch die B- und die C-Ware geliefert. Also ich würde zum Beispiel auf alle Fälle die Bremszangen tauschen, wenn ich eine 97er 916 kaufen würde. Ich habe da leidvolle Erfahrungen gemacht, die mich wirklich schier ein Auge gekostet hätten. Und weil einfach, ja, oder zum Beispiel dieser Lichtmaschinenregler, der wurde dann durch einen Nippon-Denso-Regler ersetzt. Aber das ist halt alles erst so im Laufe der Zeit passiert. Und so einen richtigen Innovationsschub hat die Baureihe dann eigentlich erst ab 1998 gekriegt, wo dann TPG wieder investieren konnte. Und die Zulieferer dann auch wieder bei Laune halten konnte, durch beispielsweise so Nettigkeiten wie pünktliches Bezahlen von Rechnungen. Und unter anderem, wenn du jetzt sagst, es ist ja diese 916er jesinnig hoch im Kurs. Was meinst du? Soll man sie behalten? Wird die Mehrwert? Oder soll man gar jetzt noch eine kaufen? Oder was meinst du? Einfach jetzt pragmatisch vom Kosten-Nutzen-Geld-Monetären-Betrachtungspunkt her. Also ich denke nicht, dass man jetzt auf einem sehr hohen Niveau einsteigen sollte und so ein Motorrad kaufen. Ich denke, wenn man mal anguckt, wer solche Motorräder kauft, das sind ja meistens Leute, die sich vielleicht in ihrer Blütezeit nicht leisten konnten. Also es sind Ältere und die leben auch nicht ewig. Also ich denke nicht, möglicherweise steigen die Preise noch ein paar Jahre lang, aber es wird irgendwann mal so sein, dass mehr und mehr Erben dastehen und sich überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem Motorrad? Also es wird noch mal eine Chance geben, deiner Ansicht nach 916er abzugreifen, gebraucht man. Für unter 9000. Man kann es natürlich immer beobachten und es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, da mal ein relativ günstiges Fahrzeug zu kriegen und dann zuschlagen. Wobei, wenn es denn unbedingt eine sein muss, würde ich eigentlich eher lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und dafür was nehmen, was wirklich im Zustand optimal dasteht. Weil die Zuverlässigkeit vor allem des Motors nicht ganz dem japanischen Standard entspricht. Also da habe ich auch meine eigenen leidvollen Erfahrungen gemacht. Die Narben sind mittlerweile fast verschwunden, wie ich an den Fingern hatte. Aber ich habe wirklich viele, viele Stunden an diesem Motor geschraubt, weil dann halt zum Beispiel Kopf- und Fußdichtungen nach knapp 20.000 Kilometern angefangen haben, dann inkontinent zu werden. Und dann gab es einen anderen Dichtungssatz und dann hat es nicht mehr so viel Leistung gehabt. Ah, es war echt nicht so... Ein bisschen lativer, oder? Das hat man immer wieder mal gelesen. Du, jetzt hat dann jemand gerade gepostet, hallo zusammen, bin spät, habe ich was verpasst? Ja, jetzt machen wir alles nochmal, Ralf, oder? Eigentlich wollte ich gerade die Verabschiedung, jetzt wollte ich gerade die Verabschiedung lostreten. Aber Ralf, ich finde, du hast das super gemacht da bei uns. Wir sind ja im Keller bei der Motorpresse Stuttgart, in der Stadtmitte von Stuttgart. Der Ralf ist ja Redakteur bei der Zeitschrift Motorrad, PS, Motorrad Classic, machst du auch? Und ich weiß nicht, vielleicht machen wir es ja wieder mal gemeinsam. Ralf, was sagst du? Weil dieses Thema habe ich mir ausgesucht, habe gesagt, das kannst du super. Was wäre deine Top-5-Sendung? Die nächste Top-5-Sendung, wenn ich wieder mal nach Stuttgart komme, was machen wir? Was glaubst du, wie eine gute Top-5-Sendung? Die Superbikes der Nuller? Puh, also ich könnte jetzt relativ spontan auf deine Anfrage nach den Superbikes der 90er reagieren, für die nächste Geschichte. Vielleicht... Hattest du auch so eine wilde Zeit mit den 125ern? Mit den... Ja, mit Zweitaktern. Achso? Zweitaktor wären eine schöne Sache. Okay. War wie wäre der Titel? Die Top-5-Zweitaktor aller Zeiten oder irgendwie sind sie ein bisschen eingeschränkt? Nö, aller Zeiten ist es ein bisschen schwierig, weil die Zweitaktor der ganz frühen Jahre waren ziemlich fiese Gurken. Top-5-Zweitaktor, die tatsächlich auch gut fuhren? Ja, also wir können es vielleicht auf die wassergekühlte Ära beschränken. Also das, was es leider in Europa nur in sehr eingeschränkter Stückzahl gab, aber dafür in Japan halt in wirklich wunderschöner Vielfalt und auch wunderschöner Ausführung, diese ganzen Honda, NSR 250, R, S, E, S, P, diese Yamahas, die Susukis, RGV und dann eben... Was halt für machen die Sendung nicht jetzt. Du musst jetzt auch zurückhalten. Das ist die nächste Sendung. Ja, aber die Aprilia RS 250, die muss jetzt da noch hin. Die muss auch mit rein, ja. Nein, das machen wir das nächste Mal. Ich weiß nicht, wir schauen uns die Kommentare dann an, ob ihr das Zweitakt-Thema interessant findet. Und wenn ich dann das nächste Mal zu euch nach Stuttgart komme, da in eure heilige Garage, dann meine schöne Aussicht da hinten war, Afrika-Tinch, den Rubemw, Ducatis, ja, und den Goldschutz haben wir auch gefunden. Dann drehen wir das nächste Mal die Zweitaktor, es sei denn das Publikum hat noch bessere Vorschläge, aber ich glaube, die Szene ist auch ganz gut. Vielen Dank für das fleißige Mitmachen. Und wenn man deine Kompetenz erleben will, ich glaube, das macht man im Moment am besten, bei den Zeitschriften von euch, Motorrad PS, Motorrad Klassik, das ist jetzt das Revier, wo du zu finden bist und dein Output, oder? Ich gebe mir Mühe, ja. Ich gebe dir Mühe, na gut, na dann bis bald. Danke fürs Zuschauen, tschüss. Danke fürs Zuschauen, freut mich sehr. Danke fürs Zuschauen, freut mich sehr. Danke fürs Zuschauen. san. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020